der Leise ja okay ja ja sag ich doch nach guten Tag wo wir nicht auf die Beine okay waren ja wir machen hier gerade noch den Rest mit der Art voll hier wir haben uns das Häuschen das wir bauen wollten auch schon mal oder wissen dass sie hat das gemacht wer das mal aufgebaut und das sieht ganz gut aus das auch schon überlegt wie wir in einer Richtung machen und so behauptet jetzt mal so dass wir das gemacht haben in Wirklichkeit haben es verdammt warte mal warte mal Panik jetzt ist alles gut aber wir müssen schlafen gehen weil jetzt kommen die bösen Monsters Monster haben wir ja extra ausgestellt eben stellen wir mal ein bisschen Focke hin das müsste hier auch am Zeichen da fuckel doch nicht lange um da oben ist ein Schaar vielleicht hast du ja nicht ne nicht dabei haben wir alles weggepackt ich setze erst mal mit Holz hä wieso ist der denn zu Ende ja der mag dich nicht dann oh ja country ich ja ist mein Du musst ja sagen, ich bin uncool hier. Ich sag nicht, ich bin nur da uncool. Achso, aha! Aha, Mumu! Mach' mit Mumu, bitte. Ja, ja, ich hör' ja schon auch. Aha, Mumu, Mumu! Machen wir's hier vorne so, ne? Wo ist denn das Loch? Na, super. Hier und da. Wo ist das denn? Ah, nee, das ist nicht... Das ist doch egal. Dann machen wir noch einen kleinen Keller mit. Ja, doch wurscht! Na gut. Ähm, du musst gucken. Das ist noch ein bisschen so weit von der Ecke forsten, oder? Guck mal, der ist... Achso, das ist jetzt... Okay, dann muss da jetzt im Abstand von einer wieder einen, ne? Ja, ich weiß. Hier jetzt eins. Ah, ja, gut. Und wir können das auch anders so weiter mit rechts machen. Ja, finde ich auch. Ne, nach links, würde ich sagen. Guck mal, wenn das denn die Ecke ist, würde ich das nach links machen. Ich würde das dann weiter hierhin machen. Aber wir haben ja auch noch den Eingang hier, ne? Ja, der kommt dann hier so hin. Weil hier noch, dass der Großteil hinkommt vom Haus. Ach, das ist der Eingang? Ich dachte, du baust diesen Teil hier den an der Seite. Nee. Ja, nee, gut. Nach kleinen Anfangsschwierigkeiten haben sie es dann doch hingekriegt, so weit zu kommunizieren, dass sie sich dann doch verstanden haben und letzt... Letztendeffektlich dann... Letztendeffektlich... Letztendeffektlich dann doch hinbekommen haben, was sie wollten. Also ich baue jetzt die ganze Zeit nur ab. Nicht, dass irgendeiner sagt, ÖH! Was macht der Idiot da? Oder dass wirklich jemand mal unsere letzten Place guckt oder was sie macht. Irgendwoll gerade sagen, DAS ist dann noch die andere ganz andere Geschichte. B 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 auch mehr die 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 Unternehmen wenn es war und das gewesen wäre wäre jetzt tot jetzt man nachher auch das ist unregelndes aber ich weiß dass das immer einer die nicht einfach hier zu zweier auch hier noch mal so zweier vorliegenden das haben wir uns auch auf der hause wir müssen ein gemacht ja ich bin nicht mehr so immer dafür dass man die Bilder genau das reicht jetzt auch so ist es macht mich kaputt gemacht genau jetzt brauchen wir noch da werden neue musik geholt wie man hört sie fast also echt techno ist es einer weil das hier ist noch schlimmer ja eine interessante frage können wir machen das urwald holz ist das braun ist ja nur weil das hat also man kann auch echt übertreiben ja ist ja auch mal gleich berechnung von männer und frauen genau warum jetzt kann ich kein weibliches holz ja zwei wir haben das kein weibliches holz das heißt auch mal der Bus warum nicht einfach die Bus das war das falsches deutsch wäre es ist gleichberechtigung die gleichberechtigung von deutsch und nicht deutsch und so typen deutschen jetzt jetzt bist du rassistisch das habe ich nicht gesagt das möchte ich jetzt gut weil ich jetzt mal betonen springen sein denn typisch sowieso ich bin mir so komisch ich will nur und mein Gott ist Naruto cool er soll so zörtelige Haare finde ich voll witzig herrlige E-Mail-Mario-Musik ich habe ich selber gemacht ich habe ich selber gemacht habe ich wirklich selber gemacht also selber runtergelaufen das ist doch nicht mal hingekriegt unser ach wir haben noch unseren anderen Skinder sonst mir reizt ist genau mit dem ja nicht kann man gleich machen ja wir müssen auch noch was anderes machen weil ich hier nicht drauf die anderen Dings ja ich hab die Anni habe ich nicht egal ähm müssen wir machen wir müssen auf jeden Fall noch mal die Abbautexturen weil wenn man das abbaut dann sie das ja immer so grisselig wo ich gerade sagen da gibt es immer diese Dings diese Frakturen die müssen wir wieder zu DRZ machen und das war ein Wunsch eines Zuschauers äh nicht nur zum Zuschauer auch mein Wunsch also ja eben dann machen wir das von daher machen wir das denn auch so ihr seht schon das wird eine ganz ja was will ich denn da bricht mich nicht mach ihn weg klick ihn weg dann sieht der was er davon hat ja schweiz komponiert die Zeit hat man was kommt 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 schweiz ich schweiz n n k k k k Partie Hallo, Könner! Ja... Ich hab übrigens gehört, der Waldschreit hat jetzt einen Bruder. Das heißt, wenn jetzt der auf einmal auftauchen sollte, dann... Ein Waldschreit kommt nie allein. Guck mal, da ist aber, glaube ich, ein Schild an der Ecke, ne? So ein Eingangstürschild. Hätte ich auch keine so schlechte Idee. Was? Da vorm ist eins? Nee, hier meine ich. Hier, guck mal, das da. Genau, da ist und... Nee, links da. Das da an der... Ach nee, das ist ne Treppe. Das gehört doch zur Treppe. Ich dachte, das wäre ein Schild. Ja, das ist nicht schön. Ja, ja, gut, nee, dann ist alles... Mal wieder bis heute hin. Boah, ja. Ja, Entschuldigung. Wow! Du musst nicht gleich auf mich schießen. Dann pass auf, was du sagst, so. Ja, Entschuldigung, such ja nichts mehr. Das Problem und wie viel brauchen? Glas. Wir brauchen Glas. Wir müssen mal sagen, wir brauchen Glas. Was geht? Glas. 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 Was clever. Na, geh mal, geh mal, geh mal mal Sand holen, ne? Geh mal mal Sand schaufeln, ne? Äh, hoch, ja. Ja, nee. Sandfeier. Das haben wir da. Nee, das war ganz anders. Das war bei unserer Mühle noch nicht. Ja, aber hier ist auch ganz viel. Ja, dann legen wir hier eine zweite Sandmine an, sozusagen. So ein Sand-Dings. Ich weiß nicht, das letzte Mal, als wir Sand geschaufelt haben, haben wir uns darüber unterhalten. Da waren wir im Schwimmbad voll, da haben wir uns darüber unterhalten. Das war echt hochinteressant. Fickt euch, ihr Kinder, das ist meine Bank! Das war nicht, das war nicht das Mal, das war das andere. Ja, auf jeden Fall, wir haben uns so ein Pommes gekauft, B3, also ein Kuppel da. Wir setzen uns da auf so ne Bank. Da sagen's da Sachen drauf, aber okay, das ist ne öffentliche Bank, aber okay. Dann setzen wir uns da eben hin. Und auf einmal kommen da so dreiehalbwüchsige und ähm... Achtjährige Kinder. Ja, aussahen aus wie Realschule. Ich hab's gegen Realschüler, aber... Ich hab auch nichts gegen Sonderschüler, aber die sahen echt so... Geweckt, das ist meine Bank. Ey, Alter, fickt euch mal! Die weckt ist unsere Bank, Digger, ich schwör! Habt euch nur gedacht, Leute, seid froh, dass wir euch eine runterhauen. Wir sind ungefähr drei Köpfe größer als hier. Vier Tonnen schwerer. Nein, wie gesagt, dass ich nicht, sondern Rassi ist hier, dass ich den eine runterhauen. Nicht wir. Rassi ist vier Tonnen schwerer, als äh... Die Euro an, wenn die, äh... Das kommt auch an, wenn die, äh... Das kommt auch an, wenn die, äh... Also wenn die jetzt das gefallen... Das gefällt, mein Koffener mit aufzunehmen. Er meint, das ist so mein Koffener. Guck, und schon läuft wieder flüssig. Flüssig. Ja, man kann allein mein Koffener so leicht beeindrucken. Fäh! Ups! Du Assi! Das war nicht so gemeint! Das war nicht so gemeint! Das war nicht so gemeint! Du wirst nicht! Du darfst nicht sterben! Ich halte ja schon die Klappe! Ich halte ja schon die Klappe! Ja, und wüscht aber den Monitor ab. Ich streichel Minecraft. Oh, liebes Minecraft. Mein innigster Wunsch, was schon immer ein Baum aus Diamant zu haben. Fump auf einmal steht hier so... Weißt du, jetzt rechnet der erst mal und es steht auf einmal gleich so ein Baum aus Diamant. Das wär geil. Das wär komisch. Wollte ich mir echt Sorgen machen. Ja, mein Computer hat sehr gefühlt zwar... Das ist nicht der Computer, das ist mein... Boah, nee! Okay! Aber was wäre denn, wenn... Es gibt ja bald... Was wäre, wenn... Dann steuert man ja bald in der Zugekunft auch die Computer nur mit Gedanken und so weiter. Das ist aber schlecht. Wenn du dann irgendwelche Gedanken hast, die der Computer nicht wissen soll, öffnet auf einmal so Google und googelt dann das, was du gerade denkst, so... Ja, okay. So, nicht jeder denkt so mäßig wie du. Nein, ich finde auch nicht perverse, sondern so mäßig. Ich finde... Genau, wie ich... Weißt du, du bist bei Minecraft gerade und denkst irgendwie gut zufälligweise über die Wasserschaftbombomben nachhofer. Boom ist ein Ausweg. Weil man was halt noch Bomben gedacht hast. Ja, gleich gebaut noch mal, ne? Oder du denkst du an so einen riesen Hochhaus und auf einmal hast du da so fettes Hochhaus, aber keine Ressourcen mehr. Das war natürlich auch nicht schlecht. Aber irgendwie war das auch schon geil. Du hast eh nicht so eine Google-Brille, kennst du die? Ja, Google-Hontrollieren sowieso alle. Also da brauchst du auch nicht mehr. Aber sowas eh nicht so schnell geil, oder? Ja, am besten als Kontaktlinie, das ist dann nicht mehr, dass man das nicht mehr mehr... Weil die Google-Brille sieht ein bisschen aus. Ich kann auch so sagen, mit Gesichtserkennung. Wow! Ja, ja. Das kenne ich schon. Das war Minecraft. Der war sauer auf mich. Wir haben jetzt, glaube ich, auch genug, oder? Wie spät haben wir es denn? Ne, komm, wir waren heute Viertelstündig. Ja, Brotlar. Hä, ich meine? Vom Sachs. Ach so, ja. Ja, ne, okay. Das... Hallo? Ich verstehe auch gar nicht, warum ich den ganzen Sand hier gerade abbaue. Das ist eine andere Idee. Man kann sagen, du sagst gerade, wir hören auf, was machst du? Brauchst du den Sand weiter ab? Ne, weil ich habe hier eine andere Idee, dass wir jetzt so einen kleinen Hafen reinmachen und so eine Sandbank und so. Aber... Wir haben es vergessen. Ne, können wir nicht. Wir haben doch noch die andere Lagune, da wollten wir doch noch den Hafen reinmachen. Die Laguna. Die Laguna. Ja, das war doch die Laguna, die ich meinte. Laguna Pläser. Wer eine Idee hat, was wir bauen können, also wir, wie gesagt, wir sind immer für Ideen davon. Ja, wir haben einmal einen Kommentar gekriegt, was wir nicht abgesehen haben konnten. Also? Ja, komm, aber ich meine, auch wenn irgendjemand aus unserer Klasse eine Idee hat, wir bauen können. Ach so, okay, das ist was anderes, ja. Ja. Obwohl, ich glaube, da gucken zwei uns, oder? Nee. Ich glaube aber keiner regelmäßig. Nee, es sind, glaube ich, mehr. Ja? Ja, ja. Na, die Jungs sind jetzt auch bei Age of Conan. Ja, warum bloß? Ja, ab Folge 3, 4, schalte die nicht mehr ein, wenn wir dann was anhaben oder so. Ja, das ist, ja. Mit anhaben ist auch langweilig, ne? Du wirst mich aber nicht überreden können, dass wir sie ausziehen. Das kannst du vergessen. Ich drehe zwischendurch so eine Folge. Genau. Der Smiley, der ist Call of the Clown. Wie ich das bei ihm kenne, kann das jetzt 20 Minuten dauern. Wir drehen also mal ne Folge und als allererstes Mal hihihi. Werden wir mal was hihihi ganz unanständiges machen. Hihihi. Ich seh das schon komme. Nee, das stört jetzt aber ein bisschen. Könntest du bitte aufhören damit? Minecraft ist damit nicht zufrieden. Ja, der ist auch nicht, der ist doch unter 18. Der findet das nicht gut. Sieht man es eigentlich, wenn ich jetzt den Taskmanager überöffne? Nee. Gut dann. Ganz heimlich. Äh, äh. Taskmanager. Ja. Perfekt hier nebengleich. So. 63. 64. 64. So. Jetzt brauchen wir natürlich genug. Wir brauchen noch ein paar Öfen dann, ne? Ein paar Öfchen. Ja. Ein paar Öfchen. Ja. Bastel dir doch ein paar. Können wir bauen denn vier Öfen? Vier? Macht doch fünf. Macht doch gleich fünf. Warte mal. Jetzt überlegen wir mal kurz, wo wir die hinhaben wollen. In das Haus gleich mit rein. Ich weiß nicht. Wir können ja so eine Art... Wir können noch einen Ort für eine Schmiede machen, sozusagen. So eine Art Schmiede. Vielleicht in der Nähe vom Hafen oder in der Nähe von der Mühle. Gegenüber der Mühle können wir da so eine Schmiede bauen. Dann packen wir die vier Öfen einfach doch schon mal hin. Und bauen dann später dann was. Was? Wie wär denn das? Der böse Blick. Ähm. Wir denken uns gleich noch mal was aus. Machen jetzt aber schon mal Schluss. Obwohl erst bei 13 Minuten ist. Ja. Es ruckt uns gut. Die Musik machen wir gleich wieder, ne? Wir sehen uns später. Adivideci, Puppeci. Und lass mich auch mal Tschüss sagen. Ja? Tschüss.